Hallo und herzlich Willkommen zurück hier bei Red Dead Redemption 2. Oh, geil. Bei solchen Spielen finde ich das immer ein bisschen kompliziert mit der Ego-Ansicht. Auf der Plätzchen sind immer gut. Ich habe am Fernsehen noch Ton an. Warte mal kurz. Wie ist es? Jungs. Hä? Ah, ich habe es in der Hand gehabt. Okay, so. Ich habe mich schon gewundert, warum ich irgendwie zweimal Ton habe. Ich will mich setzen. Dann nicht. Okay. Quatschen erstmal ein bisschen. Was ist denn das hier? Können wir nicht quatschen? Ja. Ja, immer schön gucken, wie man aussieht, ne? Auch beim großen Schneesturm ist wichtig. So. Was geht denn da vorne ab? Wer ist das jetzt? Wie hieß denn der? Ja. Oh, excuse me. Ich habe mich mit euch, weil ich dachte, ihr liebt action. Ein paar Tage auf dem Lamm und ihr lot haben alle turnen yellow. Apart von euch, natürlich. Shut up, Micah. Ich habe nie gesehen so viele lange Gesichter. Ich denke, ich denke, die Leute missen. Ich denke, wenn ich fall, ich keine Fuss haben. Wenn du fall, da wird ein Party. Ein Party? Probably. Funny, huh? Sure. Shut the fuck up! Ich fühle mich nicht so, wie ich lacht von den Lachen von euch. Stop es! Jetzt! Du fools, wenn sich die Leute zu tun, wenn Cuomo Driscoll ist. Du willst, wenn ihn zu finden? Du willst, wenn ihn zu finden uns? All of euch. Wir haben Arbeit zu tun. Du bist sicher, Dutch? Ja. Wir haben viel durchgeführt. Wir sind noch nicht auf der anderen Seite. Wir sind noch nicht auf der anderen Seite. Und die letzte Sache wir brauchen ist, ist zu werden von Cuomo Driscoll. Los geht's. Ich weiß, dass du ihn möchtest, Dutch. Er ist hier für uns. Ich wundere mich. Nein, du wundere mich. Ich wundere mich. Ich wundere mich nicht, Dutch. Du... Du hast immer gesagt, Revenge ist ein Luxur, wir können nicht affordieren. Das ist die richtige Aufgabe, Arthur. Das ist das. Und das ist mehr als Revenge für Business. Long ago. Oh. They were talking about trains and detonators. Here. Cone always had good information. Come on. Und du denkst jetzt, ist die richtige Zeit, um zu fahren zu fahren. Jetzt, du... ...might fancy living on Deer, Piss, und Rabbid, ... Ich bin zu alt für das Leben. Mr. Matthews, Mr. Smith, Mr. Pearson. Bitte bitte, nach dem Ort, da sind O'Driskels, über. Hyah! South West, right Arthur? Yeah. Du sagst, follow the main trail south west. Their camp near some lake. Okay. Let's go find out here. Let's go find out here, before they find us. And rob us for their planet. Okay. Let's go find out here. Let's go find out here, dass ein Zug bei so einem Schneestau überhaupt hier durchfährt. Wie... ... ... ... kann ich mir das nicht vorstellen. Ja! 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 Ja, Needs to be put to rest, one way or another. It will be. Some things I can forgive, others I can forget. What he did to Hannibal, I can't do neither. You killed his brother, Dutch. Yes, I did. And I hope the bastards will be reunited soon enough. That's how this will end. Damn right, boss. See that smoke? Let's cut up here and take a look. They said it was near the lake, so we must be close. Den raucht er. Ah, den sehe ich. Hold up here. Arthur! Nicht absteigend. All right, gentlemen. This is it. Are we goddamn ready? Ready, Dutch. Good. Now, Mr. Morgan and I, we're gonna head up here a little, see if we can't get a sense of the layout of the camp. Mr. Williamson, Mr. Bell, you two take up a hidden position just outside the camp. Mr. Summers, Mr. Escuela, you two hold position here. Let's go. Also doch, Hopstein. So, Raum-Buddy. Oh, ich kriege den Namen nicht in meinen Kopf rein. Oh, Donalds war so hieß es denn die doch. Die wird es angreifen, Alter. Keine Ahnung, okay. Okay. Here they are. That's definitely them. Home? I think so. Yeah, that's them. Who's he talking to? He don't seem very happy. No. They leaving? Seem to be. Should we go get them? No. Home can wait. Best to get some of them out of there. And much less fun to rob him and his score if he never finds out about it. Come on. Let's get down there. Don't forget to grab that rifle from your horse. So, ich kriege mal ein Gewehr. Sure thing. Okay. Oh, ich habe jetzt. Hä? Ich hab nur Revolver und Flinte. Ich hab kein Gewehr. Ach, da ist es. Ey, da hab ich doch ein Gewehr. Oder weiß ich da was. Aha. Ja, ich hab's. Mein Controller ist schon wieder leer, ey. Ich hab's. Ich hab's. Wir müssen uns nicht mehr Geld machen. Ja, ich bin nicht sicher, dass du mit mir agreest. Arthur. Arthur, hast du völlig verloren, in mir gefehlte? Unsere Anzeiten sind jetzt die Herzen, die Herzen und zur Seite aus hier. Aber wir können quasi damit rechnen, dass da auf jeden Fall ein paar Leute sind. Ich glaube auch nicht zu wenig, weil wenn man sich sowas lagern sieht, wie groß das ist. Das ist schon ein bisschen was. Hört mal hier sofort, Dutch. Chill mal ein bisschen, ne? Guck mal, was noch hält raus. Wir haben noch Zeit. Guck mal. Maybe I should take the lead on this. They're gonna be gunning for you. They ain't got me yet. No, but the way our luck's been running... Hush. Let's just get down there first. Follow me. Let's head for that building in front. Okay, I'm going to take my gun. Hold on. Stay low. I'm gonna take my gun. Come on, come on. Soll ich denn in Deckung gehen? Oh, scheiße. Oh mein Loot. Ich kann nicht in Deckung gehen. Tot. Was? 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 Oh nee. Ähm. Warum hat er sich so aufgeregt? Ich wollte einfach nur drauf los schießen. So. Was machen wir, Dutch? Ich kann das, wenn du willst. Nur den Telefon. Wenn du den Weg willst, geh. Wir sehen. Wir haben nicht Zeit, um das zu diskutieren. Okay. Ich gehe erst. Oh, mir ist es leise, oder was? Oh. Hier vorne, Junge. Hä, wieso trifft er nicht? Oh. Come on. Move, move. So, den hier oben schnapp ich mir auch noch. So, den hier oben schnapp ich mir auch noch. Ah, Junge. Alter. Jetzt. Scheiße. Einen Moment. Ah. Lalalala. So. Also mitten im Kampf ist auch scheiße. Okay. Noch einer? Da. Oh. 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 Du bist so, klappt. Wow, Junge. Sauberer Schuss. Suche die Körper. Anst théleyk choices någon Because they can from them. Okay. Ich drefe an hier vorne. Verkennst du, ob sie eigentlich Vamos? Of course not. Geil, noch ein bisschen Kau-Tabak. Hier oben ist noch einer. Oh, ich sehe keinen. Oh, ich sehe keinen. Oh, ich sehe keinen. Oh, ich sehe keinen. Wicht's. Nice one. Oh, da ist einer. Ich würde mal sagen, ich bin ein bisschen zu nah dran, ne? Würde ich mal ganz schwach behaupten. Nice one. Wie kannst du da durchsuchen? Warte. Oh, Münzbeutel. Oder? Ne. Wir warten auf dich, Arthur. Okay. Wir warten auf Javier und Lenny. Sie kommen mit den Häusern. Sie sind noch schon da. Ja. Ja. Wir warten auf den Arbeitsplatz. Jetzt, wir werden das Ort entfernt. Bill. Geh und suchen diesen Wagen da. Michael, suchen diesen Gebäude. Arthur, du nimmst das Gebäude nach links. Okay, Mann. Schau. Schau. Find diese Detonator, Explosives, alles was man kann. Let's go. Oh. Cracker haben wir auch noch hier. Oh, Zigarre, ganz edel. Alles voller Tabak hier. So eine Truhe. Was ist denn dieses Wundertonicum? Irgendwie Medikamente oder was? Oh, hier Dynamit ist da drin. Hier. Das sieht gut aus. Was denkst du, Bill? Well, das sieht gut aus. Es schmeckt gut aus. Komm schon. Wir haben alles? Ich glaube so, Boss. Ich habe das auf einer von ihnen. Danke. Das ist perfekt. Oh, ja. Interessant. Das ist etwas über den trainen sie werden. Herr Leviticus Cornwall. Mount back up. Let's keep moving. Alright. Let's get out of here. Proud of you, boys. All of you. Not a man down. Easy. Good work, fellas. Not bad. Starving down. Lag aber nur daran, war der gute Arthur. Arthur? Ah, ich... Was... Das sind so Namen, weißt du? Die... werden Englisch ausgesprochen einfach. Ach, aber ich kann's nicht. Arthur. Arthur. Ich nenne ihn Arthur, okay? Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Aber er wird es nicht mehr. Wenn wir diese Trainern schützen. Ja, ich denke, wir werden sehen. Oh, das wird es. Er wird nach uns. Oh, natürlich wird er. Wie alle anderen. Aber wir werden uns ein bisschen vor. Ungekehrt. Ich bin nicht mehr im Hintergrund. Wir werden uns nicht mehr im Hintergrund. Ich werde uns nicht mehr nach dem Schluck. Es wird uns nicht mehr ein paar Hände sein. Aber wir sind nicht mehr in Blackwater. Wir haben uns ein paar Hände. Aber wir werden uns ein paar Hände zurück. Und wir werden uns nicht mehr nach unten. Das wird nicht mehr passieren. Das wird nicht mehr passieren. Was? Mit dem Lasso fangen. Ah, geht doch. Los geht's für einen Rücken. Komm schon, ich bin niemand, Herr. Was ist dein Name, Junge? Ich weiß nicht. Du kennst deinen Namen? Es ist Kieran. Kieran was? Duffy, Kieran Duffy. Na ja, ich werde dir nicht lieben. Es ist ein wirklich schlechter Tag für dich, Kieran Duffy. Woher ziehst du mich? Somewhere, die du nicht liebst. Warum? Was machst du mit mir? Etwas Fan, die du nicht liebst. Also würde ich dir empfehlen, deinen Rücken zu schreien. Nein, bitte! Knallhart durchziehen. Muss er da nicht irgendwie runterfallen? Oh, ich weiß gar nicht. Was? 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 Das ist ein bisschen schneller. Jetzt redet er wirklich nicht mehr. Er ist doch so ein junger Bub. Der weiß noch nichts. Bin ich mir eigentlich eigentlich sogar ziemlich sicher. Wir wollen ja Furcht ohne Schrecken verbreiten, deswegen machen wir hier fahrten Kerl. Wie lange dauert es denn dahin? Bleiben wir mal ein bisschen auf dem Wasser für die Spuren verwischen. So, ich denke natürlich mit. Hier sind wir, du scheiße Schrecken. Lass uns dich zu den Schrecken. Lass uns dich zu den Schrecken. Irgendwie hab ich ja schon ein bisschen mittlerer mit ihm. Wir werden ihn erst freden. Ich habe ein sagen, mein Freund. Wir schießen, feldig. 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 Wir werden wissen, was du brauchen. Ich kann nicht glauben! An O'Driskel in meinem Camp! Ich habe einen O'Driskel, missen! Ich habe einen Feldig! Oh, was du sagen, son? Gut gemacht, Arsett. Ich bin einfach entschuldig, dass wir auf Kolm verabschieden haben. Oh, das ist genug für das. Jetzt muss ich herausfinden, ob wir den trainieren können. Okay. Mission abgeschlossen. Alte Freunde! Okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich bezieher!